Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zur 25. Folge NLU 2. Mir ist aufgefallen, mittlerweile liegt die Betonung eher auf 2 statt auf NLU. Schade, aber machst du nix, ne? So meine Damanskis und meine Herenskis, was ist letztes Mal passiert? Nachdem wir nun endlich fertig waren mit unserem Base-Gebaue-Gedönse, hat man noch so einen kleinen Typen verfolgt, ne? Und der hat uns zu seiner Base gelockt, da war aber nicht viel zu holen. Also sind wir nochmal auf Genesis gegangen, weil wir uns dort ein Tech-Rifle zulegen wollten. Ähm, wurden allerdings auch da dann wieder abgelenkt von so ein paar kleinen Dudes, die ich James-Bond-mäßig weggemacht hab. Und, äh, ja, dann machen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Viel Spaß. Paar Hose für jeden. Hm. Müssen wir mal was sehen, ey. Doch. Den hast du gelootet, ne? Den Analo Beat. Ja. Der Primflag, auch ein Revolver. Ja, das war ein Gamer, glaube ich. Die wollten hier so richtig einen auf, jo, wir schmelzen hier ein bisschen Metal, wir machen Flag, wir machen Pistol, wir machen AID. Und dann haben wir Spaß. Aber dann haben sie leider, sind sie leider... Hast du geflammenwerfert? Nee, Pumpkant. Lol, du Schwein, warum ist das kein Flammenwerfer? Die Flammenwerfer haben, ich benutze, um die Betten kaputt zu machen. Der Bag, das war der andere. Der reicht doch wohl schon, oder? Hose und Handschuhe für kalt und Hazard-Temp für warm. Oh, können wir probieren, würde ich zeigen. Ich hätte halt gerne einen fucking Enduro-Stew oder so. Irgendeine Suppe, Alter. Ja, stimmt, wir waren auf Suppen, deswegen hat das geklappt. I fought base. What base? Ist ein Turtle Raid, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Turrets Normals. Und so zehn Plans. Und ich mach'n Screen. Problem ist... Ja, eigentlich ist das auch kein... Also, eigentlich müssen wir einfach nur einen Rocket Launcher holen und da unten... Ja, wohl, acht Turrets, ich kicke uns halt an. Äh... Manche würden das jetzt Scripted Content nennen. Was hast du gefunden? Mach'n mal einen Screen und schick's mal auf Discord. War ne 1x1-Butze mit einer kleinen Box dran. Okay. Level 220er Gasback, Level 117er Deodon und drei Bloodstalker. Nevermind. Das sind sogar High-Level, die Bloodstalker. Das sind alle über 150. XD. Junge, der Gasback, Alter, da seh' ich mich aber. Der hat... Junge, jetzt hab... Ey, lass mal sauten. Komm rum, Junge, wir haben Gasback. Wo bist du denn? Easy. Äh... Wizard, das ist bei... 45, 45. 45, 45. Okay. Moin, Leute, der Gasback. Der hat fast 7000 Leben und hat einen Sattel. Maybe hat er sogar einen verbesserten. Also mit Gasback soken, dann pack ich den Reaper weg, ey. Ja, pack ihn ein, du Schwein. Wobei, ich bury den einfach hier wieder. Ach, da. Gehst du hier einmal ein Space. Da waren die Thames drinne. Loy. Und warte, das Red Bull ist hier hinten. Yay. Oh, zu viel Gamma. Junge, zieh, Gasback hoch, Junge, hoch. Da unten ist noch eine Smiffy. Hab ich gleich gesehen bisher. Oh, hoch. Ich muss hoch, Junge. Hoch, hoch, hoch. Du Schwein. Oh, die Smiffy, die check ich mal aus. Guck mal, ob da auch scripted Content drin ist. Aber jetzt, wenn du das checkst, wahrscheinlich leer. Ja, ja, safe. Weil dann wär's... Bei mir wär's ja Beweis. So kann man ja behaupten, dass du admin-Passwort genutzt hast. Ja, ich hab halt... Ich hab halt admin-abuse, ne? XD. Ja. Hier ist nix drin. Wir gehen rein. Ja, ich rein. Kannst du auch mal use-foil machen. Ja, lass mich doch erst mal. Ich bin jetzt bei deinem Blatt-Stalker erst mal angekommen. Alles eins nach dem anderen. Kann ich da hinlaufen? Ja, ja. Also mit ein paar... Ja, ich hab... Ich hab cool, da und bei nur. 120. 120 oder 120? 120. Das war nicht 120. Du kannst aber hier hingehen. Nee, ist zwei. Wo gehst du hin? Oh Junge, der Gaspeck hat mich so verkauft. Ich bin gerade komplett durch die durchgeglitscht. Ich hab's gesehen, du warst aber immer weg. Von da, wo du stehst im K-Modus, müsstest du eigentlich auch schon sehen. Ist halt unter dem... Da, wo der Gaspeck hinguckt. Und... Weißt du... Okay. Boah, da kannst du eigentlich auch einfach... Pupp. Wir gehen in Dodo tamen. Dann pappe ich 1C4 an dich. Eins an den Dodo. Den nimmst du auf den Arm. Und eins an den Gaspeck. Und dann springst du da runter. Ja, dann explodiert eins und dann explodieren alle und ich bin instant tot. Geil. Übelst gut, Junge. Und nun hat nochmal 14 Level. Das ist dann halt riskant. Oh, lol. Backflip. Äh, Sideflip oder sowas. Ey, Alter, wenn wir einen geilen Sattel für den irgendwie finden, auf Extinction, hast du einen Drop oder so, Junge, wäre das schon Pock. Oh, du soakst. Mach weiter. Nee, ich will auf YouTube warten. Oh, wait. Wir haben doch Schwein jetzt. Ah, gib mir mal YouTube, by the way. Das Schwein hat 7000 Food. Pack am besten in den Gaspeck rein. Mach's gefährlich, aber ehrlich. Je. Inhuman Reactions. Er hat F gedrückt. Quicktime Event Master seit Mafia. Lichtenberg W. Nee. Ah, nee. Die Raupe. Ja, das ist irgendwie so, als hätten die den Schlüssel zu ihrer Base da vor ihrer Base versteckt. So unter der Hausmatte. Ich stehe. Bisschen umständlich, aber man kommt rein. So 10 Sekunden noch. Die haben einen Vault, Junge. Oh, die haben alles, Alter. Ich sag, die haben komplett Sachen. Da war doch auch eine Artro drin in deinem Ding, oder? Nee. Nicht? Wo habe ich denn eine Artro gesehen? Ja, bei unserer Base. Von den Chinas. Achso, nee. Das ist hier diese Schnecke, oder was das da ist? So, was ist ein Schwein? Was für eine Schnecke? Ja, ich weiß nicht, was das Symbol da ist. Was ist das für ein Tame? Neben den Bloodstalkern rechts. Zwischen Bloodstalkern und Schwein. Was ist das? Hey, das ist der Gaspeck. Achso. Ah, okay. Der in der Mitte. Okay. So, Jutay. Don't fuck off me. Und da brah. Nicht runterfallen. Nee, nee. Alles gut. Geht nochmal ein Schreier, ne? Ich schreie auch noch weiter. Oh, Junge. Das wird jetzt. Jetzt wird gelutscht. Kriegst du auch noch einen Schreier. Tankst du zwei? Zwei gerade, ne? Tank einen, oder? Ja. Weiß ich nicht? Ich will erstmal einen nur tanken. Aber wenn die auf Medium sind, ist es fucked, Alter. Ja. Leer. Loy. Kannst du nicht so hovern und dann zum Boot wieder hoch? Achtung, ich hiete. Ja, mach. Oh. Oh. Ah ja, ich bin dead. Sei denn, du sollst so leer. Oh, damn, son. Bin unter den Dingen. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich hab aber nicht genug C4 für den Sealing. Kann dir C4 runter droppen. Aber es ist halt übel risky, dass es dann falsch fällt, ne? Fuck, warte mal. Jetzt kommt der da auf. Oh, ouch. Fuck. F, Gas, Beck. Ne, dem geht's gut. Der stirbt auch. Obwohl, ne, scheiße, der kriegt von den Plans auf den Arsch. Mist. Junge. Komm raus aus dem Loch. Ne. Oh, shit. Au. Junge, ich brauch Luft. Ich krieg Luft. Krieg auch Stamina, das wär Pog. Warte mal. Boah, Junge. Scheiße, ey. Kannst halt komplett vergessen, Alter. Mach jetzt hier mal 1-4 dran und guck mal, ob's den Jenny zerstört. Ey, das wär so Profit. Kann ich den Jenny hacken vielleicht? Nee, kann ich nicht. F. F, Gas, Beck, Mann. Salon, ne, Bowser. Ist der aus? Ist der nicht kaputt? Ich glaube, ja, oder? Ja! Lol. Ist aus. Gas, Beck. Oh, ich muss. Soll ich mit dem Jutty reinheaten? Nee, warte, ich cryo, ich cryo. Nice. Warte. Ihr hopp ihm. Und runter. Ich kann noch, ich kann ein paar Plans springen, Alter. Ja, ich kann auch mit dem Jutty runter und dann wegweißen. Nee, 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 warte. Ja, ciao. Mach das schon. Wie viele sind denn das noch? Ich kann dir take on von unten. Ich kann einfach, die stehen so komisch. Ich kann so, also manche kann ich ran, glaube ich. Warte. Ja, aber ich kann dir auch runterhelfen. Nee, 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 ich kann take on. Einen ist leer. Mach's schon. Okay, okay. XD. Jünger als ob das einfach so. Alter, jeet. So aus Versehen abgerutscht und dann irgendwie das Aus, da von hier oben, Junge. Wenn du da runtergerannt bist. Man muss auch manchmal Eier haben, XD. Eier vor allem, Junge. So ausgerutscht gibst du. Nee. Oh, nee. Ganz ruhig. Wir können halt klären. Warte. Ich klär das kurz. Ich klär auch jetzt. Jeet. Drei Plans. Junge mit Jutty, du Schwanz. Moin. Jetzt ein Take All. Das sind noch drei. Ah, ins Loch. Take All bitte, du Schwanz. Ja, ich komm nicht dran. Boah, ist übel die Verkäufer-Scheiße hier. Alter, kommst du wirklich nicht dran? Nee, grad nicht. Moment. Warum? Jetzt hab ich eine. Ich muss sagen, kannst du mal eine Flak reparieren, sonst kann ich nicht take all'n. Na, ich muss mal gerade was sehen, sonst kann ich nicht take all'n. So, da geht's weiter. Okay, alles gut. Das ist der Jutty, den hätte es auch einfach oben lassen können, Alter. Ja, aber es ist doch... Ja, wahrscheinlich. Mit Paraschütze richtig schön. Bin dann gleich da. XD, Alter. Moin, Meister. Ach, gepin-coded, ihr Schwäne, Alter. Oh, ist aber ordentlich, ne? Oh, die haben Stuff ein bisschen. Smithy ist ein bisschen Kleber und so. Und alles gepin-coded hier. Oh ja, auch Gunpowder, das ist schön. Lass uns das vorsichtig aufhacken, ja? Nicht so wütend mit Mutey jetzt reinbeißen oder so, sondern... Ah, Vorsicht! Ja gut, dann halt eben mit Feuer, Junge. Was für die Smithy-Guns, wenn's geht? Die geht kaputt, hör auf, hoff! Eieiei. Hier, warte, dann hack ich. Hitte ich die so? Nein. Okay. Oh mein Gott, mein ist offen. Oh mein Gott, Digga, das ist der beste Loop ever. Ich glaube dir nicht. Mein ist offen. Oh, moin! Oh. Oh, Hazard. Oh, hier Zeug zum... Pelzzeug und alles, Junge. Geil. Oh, das ist... Es ist doch einfach viel schöner zu joinken, Alter. Hier ist noch eine Box, die können wir mit gemeinsamen Kräften öffnen. Lass die Flammen kreuzen. Nicht die Flammen kreuzen. Hä? Hä? Leer. Oder ist runtergedruckt? Doch, ist leer. Okay. F. Eieiei. Okay, äh, hier noch? Auch pin-codet? Nochmal Flammen kreuzen? Ja, Flammen kreuzen. Oh. 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 Der hatte nix und seine Box hatte Dünger, lol. Hatte gehofft, dass das sein Kit ist da drin, aber okay. Hast du Fabricator schon geguckt? Oder ist nix drin? Ist alles im Vault, Schweine. Ja, safe ist alles im Vault. Aber die Turrets sind nicht gepin-coded. Oh, nice. Junge, der Gas-Beck, der hat noch stabile 300 Leben. Loy. Der ist Survival, alter King. Ah, moin, alter. Da war aber auch nicht mehr viel drin, ja. Da waren vielleicht 50 each Turrets. Also, wenn überhaupt, glaube ich nicht mal. Stimmt. Ist ein bisschen schnell runter gewesen eigentlich. Wobei, du hast schon ein bisschen gehabert. Ähm, ja. Müssen wir Arthro holen, ne? Ich verstehe nicht wirklich, warum der Jenny kaputt gegangen ist. Also, es ist nice, dass er kaputt gegangen ist. Ich konnte, äh, der hat irgendwie unten durchgeguckt, so ein bisschen. Keine Ahnung. Durch das Metal-Tealing? Ja, irgendwie so. So, äh, hier ist ein Dingens, den hast du übersehen. Der männliche Sucky ist hier noch. Guck mal hier. Ist auch bei Suppen und sowas. Nein. Refrigerator war hier noch. Oh, übel Bloodpacks auch. Mhm. Sucky. X-Dick. Ja, das trotzdem hochladen kurz. Und Natrolen. Naja, definitiv. Ich überlege nur gerade, ist hier irgendwo... Haben die hier irgendwo, äh, Charcoal? Weil dann können wir noch Gunpowder herstellen mit dem... Während wir unterwegs sind. Ja, aber dann hätten wir es nicht mitnehmen müssen, so, sonst... Ja, aber ist egal. Hier unten noch eine Box irgendwo? Nee, nee, hab ich schon geguckt. Yeet. Auch... Doch! Box! Komm runter, Junge! Was? Wo? Ja, ich hab doch geguckt. Hier unten. Oh, lol, da geht's noch rein. Oha! Bin-coded. Oh, müssen wir hacken, Junge. Oh, 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 das ist aber jetzt Dingens. Das ist, äh, das ist jetzt spannend. Da ist wahrscheinlich alles drin. Ist das, das wirkliche alles? Das Counter, die wollen unser Stamina drainen, die Schweine. Du musst gleich kurz nach oben, Junge, jetzt Stamina holen. Na, bei mir geht's... Ich glaub, es reicht. Ja, das reicht locker. Du warst greedy, ne? Jetzt haben wir erst die Hälfte weg. Ja, das passt. Ich hab nicht mal die Hälfte Stamina weg. Sonst mach ein bisschen Pause. Junge, was ist das hier eigentlich für ein Loch hinten noch, Alter? So ein kleiner Spalt, Alter. Ich bin echt gespannt, was da jetzt drin ist. Gar nichts. War frech. War auch... Schweine, Alter. Ja, von DASH ist was drin, öö. Ich hab mich halt auch einfach verguckt. Da steht halt bei mir, dreieckiges Fundament. Ich hab gelesen, dreckiges Holzfundament. Ist einfach schmutzig, Junge. Eee. So dreckige Fundament. Jetzt war Mining Drill. Und raus. Jetzt bin ich wieder zehn Hazard-Masken, Junge. Schmeckt. Jo. Jetzt brauchen wir nur noch einen ehrenhaften Timer, dann ist alles gut. Ich hau mal hier einen Teleport an. Warum Teleport? Lass da einfach zum Mantra rennen, kurz jäten. War schneller, als dass du jetzt hier Teleport wartest. Apropos Mantra rennen, das wird, glaub ich, grad gemacht. Äh, jep. Wird es. Jep, Kork. Lass den abfarben. Ist fertig? Ja, ich bin noch far away. Ja, ich auch. Aber ich schnorchle den einfach vom Mantra runter gleich, wenn der nochmal startet. Der wird das nochmal machen. Keiner macht ein Mantra rennen einmal. Ja, hat's wieder gestartet. Ja, ist sie. Dann schwimmt man ein bisschen niedrig, dann warten wir einfach wieder am Ding und schnorchle den gleich. Ja. Aber ich würde schon so mich hinstellen, dass er uns sieht auf der Plattform, wenn er da den sieges Jump macht. Ja, aber dann verpisst er sich doch. Kann er doch nicht, sobald er über die Schanze ist. Er ist hier. Er ist weggeportet. Warte. Bin jetzt auch da. Hab ihn. Es sind zwei. Hab einen. Der hat Full Flak. Komme. Wo ist der zweite? Weiß ihn, weiß ihn. Der verpisst sich mit... Der ist da mit einem Rage. Oh, pass auf, sein Viech, ne. Das macht übel Damage, der Mantra. Der ist im Wasser jetzt. Der stimmt weg. Ich geh mal gucken, ob der zu viel Damage macht, der Mantra. Ist der auf dem Mantra? Nein, der ist daneben. Hau ihn mit C. Ich bin dabei. Er sinkt ab. Geht wieder hoch. Na Junge, kann er sich entscheiden? Ah, der macht nicht so viel Damage, der Mantra. Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er? Bei mir. Geht, der macht nicht so. Er ist tot. Das war der wieder. Hast du ihn geharvestet? Ne, hab ich nicht. Wo ist er? Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn? Ich auch nicht. Guck mal bitte hier. Ich gucke mal beim Rennen. Ja. Ob der da jetzt tot rausgespuckt wurde hier. Yes, er liegt hier tot. Ah, okay. Ja, ich komme. Hat nichts. Er hat aber Flak und ein Holzschild. Ach, das können die Dudes von gerade gewesen sein. Ja, das waren die von ihm. Aber sein Mate ist auch noch da. Der macht gerade... Macht er das Rennen? Ja. Wissen ich. Leute, macht das Rennen. Der kommt gleich. Ich will nur ein paar Rennen machen. Ich bin Rennen-Master. Junge. Kupierst du, Cringe-Lord. Wie die auf dem Ding hier abspacken, die fucking Bloodstalkers insane. Ja, du musst hier über die Wasseroberfläche so gleiten. Von wovon kommt der da? Nee, von da. Wo ich hinkucke, in die Richtung. Ja, ja. Ah, check mal direkt. Teile mal gerade. Riesen-Schnitzel, dann kannst du nicht, wenn er die Mission macht. Das ist gutes Gameplay. Ah. Ah, in drei Sekunden ist es vorbei. Riesen-Schnitzel, deine Mutter. Riesen-Schnitzel, deine Mutter. Ich wusste, dass das Alman sind. Ja, sind die auch. Ich habe eine AED. Ja, ja, klar. Also eigentlich von mir, aber... Da kommt er. Iiiiih! Boin, Meister. Oh, er ist abgestiegen. Ab ihn. Lol. Hier steht er am Ding. Ja, hau ihn. Ich kann ihn nicht grabben. Egal, hau ihn, hau ihn einfach. Ich bin gehauen. Lass ihn nicht wegkommen. Er ist am Terminal. Ja, es laggt. Oder? Ich hau ihn. Er ist weggetravelt. Als ob, die Sau. Als ob Timer geht. Oh, Timer hat halt echt gehittet, ne? Uff. Ha, so schlecht, ihr Dreckfotzen, Junge. Ey, nicht so gemein. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Nein, wir helfen nicht. Okay. Tut mir leid, ihr seid ganz liebe. Guck mal, Timer. Ups, ey, warten. Folg mir auf Twitch, ich bin ghostlike. Du hast doch so ne richtige Twitch-Stimme schon, Junge. Richtig ansagen. Was für'n Ding? Er soll reden, dann mach ich Jepp-Cock mit ihm, wenn er redet. Jepp-Cock. Was ist das Schwein? Keine Ahnung. Das liegt nicht gewohnt. Du hast so ne richtige Twitch-Stimme. Äh, that's racist. Ja, geil, jetzt müssen wir Timer warten, xD. Junge, wahrscheinlich hat der so, oh, slow und lucky von ihm, dass er einfach Timer hittet, genau dann und weg-traveln kann. Nicht schlecht. Ah, F. Ich mein, wir können, sollen wir, sollen wir die Bloodstalker da hinten an der Wand hängen? Aber, ne, wir kommen wohl doch mit nem, mit nem Badstalker einfach zurück-traveln oder so. Anstatt jetzt hier 15 Minuten rumzueiern. Kein Plan, Alter, ja, was zu machen. Aber bei der Base hinten und dann irgendwie oben auf dem Pillar über dem Red-Towel. Ja, ja, was zu machen. Was müssen wir jetzt wirklich hier 15 Minuten rum, geben ihm gar keinen Bock. Vielleicht hat Ghostlike jetzt ein Follow gekriegt. He's the base. What? Oh, lol, kaputt. Äh, ja. Oder, ist offen? Ja, ne? Ja. Was, wie? Fuck, Kapros. Lol, der hat hier übel Metal drin, 270 geschmolzenes. Alter, übel Charcoal. Oh, fuck, ey, ich muss für die mitnehmen, das können wir nachher machen.